Kennt ihr schon das Waffel- und Suppenparadies Kaffee im See? Dort bekommt ihr nicht nur süße und herzhafte Waffeln, sondern auch Kuchen, glutenfrei, laktosefrei und vegan, sowie Eiskaffee und vieles mehr. Auch frühstücken könnt ihr dort. Wo liegt das Kaffee? Direkt im Zwistesee bei Hessen, Ort Wetterburg bei Bad Arolsen und da hinten ist auch schon das Kaffee. Das schnucklige Kaffee liegt dort tatsächlich schon 40 Jahre und über einen Steg gelangt man hinein. Man kann natürlich auch draußen sitzen, aber innen hat man eine wunderschöne Aussicht. Wir hatten Rhabarberschorlen und Bier, herzhafte Kartoffelwaffeln, seit neuestem gibt es dort auch Hamburger, und die Aussicht einfach ein Traum. Das Kaffee hat bis zu 50 verschiedene Waffelsorten, die alle einfach super lecker sind. Nicht nur die Kartoffelwaffeln, auch die süßen Varianten schmecken fantastisch. Vegane, glutenfreie und laktosefreie Kuchen gibt es dort auch. Wir kommen wieder.